Die Schweiz versinkt im Müll und das mindestens einmal im Monat. Wir sprechen heute mal über die Abfallentsorgung in der Schweiz, um was mich daran wirklich stört. Ich hoffe, das Video gefällt euch. Wenn ja, lasst gerne ein Like da und abonniert kostenlos unseren Kanal. Auf auswandernschweiz.ch findet ihr alle möglichen Guides und Artikel zum Auswandern in die Schweiz. Wir sind die größte Community in dem Bereich, also schaut gerne mal rein. Und auf dem Kanal erfahrt ihr sehr, sehr viele Infos über das Auswandern. Also ich würde mich freuen, wenn ihr abonniert. Anderes Land, andere Sitten, auf jeden Fall. Und auch in der Schweiz läuft die ganze Müllversorgung etwas anders. Erstmal grundsätzlich finde ich die Müllversorgung in der Schweiz ganz gut geregelt, auf jeden Fall, weil sie schuldet ja auch wieder mehr Eigenverantwortung. Darauf gehe ich gleich ein. Aber eine Sache, die stört mich wirklich extrem und das ist die Müllentsorgung des Papiermülls. Hier ist es so, dass du deinen Papiermüll sammelst über einen Monat hinweg. Und nur einmal im Monat kommt ein Auto und holt das ab. Dann musst du das alles bündeln in so kleine Päckchen, so mit Schnüre und dann stellst du das vor die Tür. Wenn du aber jetzt wirklich viel Papier hast, ja, also Kartons und keine Ahnung was, Möbel verpacken und sowas alles, dann liegt das in deiner Wohnung rum. Denn nicht jeder von uns hat ultra viel Platz, ja, oder hat einen Keller oder was auch immer. Das heißt, es liegt alles in deiner Wohnung rum. Wir sind ja jetzt umgezogen und haben jetzt ein schönes Loft hier am Rhein, ja, mit tollem Blick und so weiter aufs Wasser. Und wir haben uns natürlich Möbel bestellt. So, dann bekommst du diese ganze Sache und dann hast du ja ultra viel Verpackungsmüll. Das heißt, wir hatten diesen Müll hier bergeweise in unserer Wohnung. Und wenn du Pech hast, dann war erst letzte Woche Papier und jetzt ist erst wieder in drei, vier Wochen Papier. Ja, das heißt, das liegt bei dir rum. Und da verstehe ich nicht, wieso es nicht so, ja, zentrale Sammelstellen für den Papier gibt. Weil das haben sie in der Schweiz auch für die Flaschen zum Beispiel, ja, ganz normal Flaschencontainer. Kannst du dann Buntglas, Braunglas, Weißglas und so weiter, kannst du reinschmeißen. Aber der Papiermüll, der, ja, sammelt sich bei dir. Und wir können ja mal kurz rausgehen, dann kann ich euch das mal zeigen, wie das aussieht. So, schaut mal hier, so sieht das dann aus, wenn in der Schweiz Papiertag ist. Und dann liegt alles fein säuberlich gebündelt auf der Straße. Und ihr seht das, es sind kleine Päckchen gemacht, hier zusammen geschnürt sogar. Super ordentlich. Dann hast du diese Häufchen da überall in der Stadt. Wenn dann dieser Papiertag ist, dann stellen die Leute das alle raus und dann steht überall in der Stadt dieser Haufen von Papier. Und wenn du natürlich ein großes Geschäft hast, ja, was immer Ware bekommt oder was auch immer, dann sind da bergeweise Papier. Also ich habe mir mittlerweile einen Spaß draus gemacht, diesen Müllhaufen zu fotografieren, ja. Weil es ist irgendwie, keine Ahnung, ich finde es irgendwie witzig, was da zustande kommt für Konstruktionen. Aber ja, so ist es halt. Und da finde ich irgendwie, sollte es einen zentralen Sammelplatz geben oder so. Wie es halt auch für die Flaschen gibt. Da ist mal am Rand dazu. Vielleicht könnt ihr ja mal eure Meinung sagen, wie ihr dazu denkt. Aber, also mich stört es einfach extrem. Grundsätzlich bekommst du hier, wenn du in die Schweiz ziehst, bekommst du jedes Jahr so einen Abfuhrplan. So sieht das ganze Ding aus, ja. Das ist jetzt der vom Basel. Und dann hast du da die Zone, wo du halt wohnst, ne. Und dann ist da genau eingetragen, also wann welcher Mülldienst vorbeikommt und das abholt. Kann ich euch hier nochmal zeigen. So ist dann zum Beispiel die Zone. Und das ist quasi immer, ich glaube jetzt Dienstag, Donnerstag oder so, ist normaler Müll. Ja, da stellst du dann die Säcke raus. Und Sperrmüll muss man grundsätzlich, glaube ich, anmelden. Also wir hatten noch nie Sperrmüll tatsächlich. Und wenn wir alte Möbel hatten, dann haben wir die verkauft über Tutti oder, ja, Riccardo oder so. Also mussten wir noch nicht wirklich Sperrmüll anmelden. Toi, toi, toi. Aber wenn es soweit ist, dann bekommst du hier so eine Vignetten. Die sehen so aus. Und das musst du dann draufkleben. Ja, da musst du das, glaube ich, noch anmelden. Und dann kommen die das abholen. Und ja, dann müsste dein Müll halt los, ne. Aber auch hier hast du nur pro Jahr zwei Gratis-Vignetten. Ja, zwei Stück. Das heißt, teile dir gut ein, was du hier wegwerfen willst. Ansonsten musst du eben neue Vignetten bestellen und die kaufen. Und da sind wir beim Thema eigentlich, warum die Müllentsorgung in der Schweiz dir mehr Eigenverantwortung beibringt. Weil hier bezahlst du nicht einen Tarif für die Müllentsorgung, sondern du bezahlst die Säcke. Und dann kostet so ein Sack ungefähr 2,50, 3 Franken. Ein Müllsack. Erstmal grundsätzlich, es gibt verschiedene Größen. Und du kaufst diese Müllsäcke an der Kasse beim Supermarkt. Ja, dann gehst du einfach hin und sagst, ja, und ich hätte noch gern Müllsäcke. Größe 17 Liter oder 35 Liter. So. Jetzt zeige ich euch mal hier einen schönen Schweizer Müllsack. So. So sieht das Ganze aus, ja. Andere Seite. Okay. Und das ist dann auch wieder vom Basler Tiefbauamt. Da kann man es lesen. Und diese Rolle jetzt hier, die ich hier habe, das ist eine 17 Liter Rolle. Und die kostet zum Beispiel 23 Franken. Also 10 Müllbeutel kosten 23 Franken. Das sind 2,30 pro Stück. Das heißt, wenn du jetzt jemand bist, der sehr verschwenderisch lebt und der enorm viel Müll bei sich zu Hause anhäuft, das kann wirklich ins Geld gehen. Und wir sind jetzt so weit reduziert, kann ich euch sagen, dass wir pro Woche, naja, fast, dass wir alle zwei Wochen brauchen wir einen 17 Liter Müllsack. Alle zwei Wochen einen Müllsack. Und jetzt könnt ihr ja mal bei euch überlegen zu Hause, wie viel Müllsäcke ihr denn braucht oder so eine Familie, ja, die vier Leute sind, fünf Leute oder so, wie viel Müll da anfällt. Und dann geht das teilweise echt ins Geld, ne. Und da finde ich zum Beispiel, bringt dir das System bei, bewusster mit deinen Abfällen umzugehen. Nachhaltigkeit ist eh ein Riesenthema und Verpackungsmüll gibt es viel zu viel, viel zu viel Plastik und so weiter. Also wenn du zum Beispiel dagegen angehen kannst, indem du das über die Müllsäcke-Regelung machst, warum nicht, ja. Ich bin sogar drauf und dran. Ich würde sogar sagen, hey, Müllsäcke macht die doppelt so teuer, dass noch mehr Verantwortung gefördert wird. Weil in Deutschland, ich laufe da durch die Straßen oder keine Ahnung wo und es liegt überall, liegt der Müll rum und du warst einfach viel verschwenderischer. Also ich kann es von mir aus auch sagen, ja, also ich damals, keine Ahnung, alle zwei Tage einen Müllsack. Du hast auch anders eingekauft, dir war es teilweise egaler und so, was du da eigentlich machst. Und hier hat sich das wirklich geändert. Und dann nicht zu vergessen gibt es natürlich auch den Güsel-Tourismus, ja. Ich glaube, so heißt das. Ich weiß nicht, Kaya Jana hatte das mal gesagt in seinem Programm Der Reiz der Schweiz. Kann ich euch übrigens sehr empfehlen. Und der meinte, er hat irgendjemand aufgegriffen, der halt gesagt hat, ja, was machen sie hier und so. Und er wirft einfach seinen Müll weg. Und er meinte, na, sie sind denn Güsel-Tourist und so. Leute, die anscheinend rumgehen und ihr Müll halt in öffentliche Mülltonnen werfen. Und ich meine, gut, machst du ja eh, wenn du in der Stadt unterwegs bist, ja. Aber das ist dann wirklich, also gesammelt und du schmeißt es halt weg in die Mülltonne. Und benutzt halt nicht diese Säckchen. Und wie heißt sie eigentlich? Baby-Sackli oder Baby-Sackli. Ja, so heißen sie, Baby-Sack. Ja, genau, das ist quasi dieser Müllbeutel, ja. Baby-Sack. So ist das mit dem Müll in der Schweiz. Also für mich, mich stört wirklich ganz, ganz krass die Entsorgung mit dem Papiermüll. Vielleicht alle zwei Wochen wäre besser. Oder zentrale Anlaufstellen für jedes Quartier, dass es einen Punkt gibt, wo Papiermüll gesammelt werden kann. Weil wenn ihr mal überlegt, die Leute mit dem Müllauto, die müssen ja auch die ganze Zeit rumfahren, Kilometer machen, um das ganze Zeug einzusammeln. Wenn das an einem zentralen Ort steht, ja, spart man natürlich auf Fahrzeit und Sammelzeit. Ihr könnt mir gerne mal eure Meinung dazu sagen. Und grundsätzlich aber auch, gerade hier auch in Basel, ich finde es mega gut, jeden Morgen wird die Stadt gekehrt, gereinigt. Es fahren Putzautos rum, ja, die das alles aufsammeln. Und es wird einfach geguckt und, ja, alles wieder sauber gemacht, ja. Teilweise kommen sogar so kleine Autos, die spritzen die Straßen ab und, ja, mit Wasser, ne, und dann putzen sie die Straßen. Das ist unglaublich. Also ich kenne ehrlich gesagt keine deutsche Stadt, wo das auch so ist. Ihr könnt mir ja mal sagen, vielleicht habt ihr das auch schon erlebt. Dafür zahlst du natürlich auch entsprechend höhere Steuern, ja. Zum Beispiel hier in Baselstadt ist der drittteuerste Kanton, glaube ich, und ein sehr kleiner Kanton. Aber ja, dafür hast du halt Ordnung. Das war es an dieser Stelle von mir. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen aus meinem Alltag. Wenn ihr mehr über die Schweiz wissen wollt, über das Auswandern in die Schweiz, dann kommt gerne in unsere Facebook-Gruppe, die heißt Auswandern Schweiz oder auf auswandernschweiz.ch findet ihr über 160 Blogartikel aktuell über das Thema Schweiz. Hier oben verlinke ich euch weitere spannende Videos über die Schweiz und über das Auswandern und hier könnt ihr unseren Kanal abonnieren. Vielen Dank, dass ihr dabei wart, macht's gut und bis bald. Ciao, ciao.